Fabio Grosso ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. 2006 wurde er Fußball-Weltmeister mit der italienischen Nationalmannschaft, wobei er im Verlaufe des Turniers mehrfachspielentscheidend in Erscheinung trat. Karriere Der gelernte Verteidiger, der aber auch offensiv auf der linken Seite eingesetzt werden konnte, begann seine Karriere in den Aputzen beim Verein Renato Curi-Angolana in Citta-Sant-Angelos, für den er von 1994 bis 1998 im Einsatz war. Über Vereine in Chiti und Perugia gelangte er 2004 zum US Palermo und spielte nach seinem internationalen Bekanntwerden in der Saison 2006-07 bei Inter Mailand, mit dem er erstmals den italienischen Meistertitel errang. Im Juli 2007 wechselte er zum französischen Serienmeister Olympique Lyon, wo er sich jedoch nicht dauerhaft durchsetzen konnte. Am 31. August 2009 wechselte Fabio Grosso für 2 Millionen Euro zu Juventus Turin, wo er einen Dreijahresvertrag erhielt. In der Spielzeit 2011-12 wurde er wie schon fünf Jahre zuvor mit seinem Team italienischer Meister, wobei er allerdings nur zwei Einsätze in der gesamten Saison absolvierte und aufgrund schwacher Leistungen sein bis 2012 gültiger Vertrag nicht verlängert wurde. Im Dezember 2012 beendete er seine Karriere. Grosso debütierte am 30. April 2003 unter Giovanni Trapattoni beim 2-1-Sieg gegen die Schweiz in der italienischen Nationalmannschaft. 2006 gehörte er dem italienischen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland an. Im Vorfeld galt der Abwehrspieler als Schwachstelle im italienischen Kader. Sollte er doch die Position des großen Paolo Maldini als linker Außenverteidiger nach dessen Rücktritt übernehmen. Grosso wurde insbesondere belächelt, da er fünf Jahre zuvor noch in der vierten Liga Italiens gespielt hatte und dort als linker Außenstürmer fungierte. Ursprünglich war er lediglich als Ersatz für den angestammten Linksverteidiger Gianluca Sambrota bedacht worden. So kam er im ersten Gruppenspiel gegen Ghana zum Einsatz, als Sambrota wegen einer Verletzung nicht spielen konnte. Im zweiten Gruppenspiel gegen die USA saß er wieder nur auf der Ersatzbank. In allen weiteren Spielen spielte Grosso jedoch durchgehend, weil Sambrota nunmehr auf der rechten Seite eingesetzt wurde. Erstmals im Turnier fiel er im Achtelfinale gegen Australien auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit fiel er bei einem Vorstoß im Strafraum über seinen bereits am Boden befindlichen Gegenspieler Lucas Neal. Schiedsrichter Luis Medine Cantalichu entschied beim Spielstand von 0 zu 0 auf Strafstoß. Den heftig umstrittenen Elfmeter verwandelte Francesco Totti zum 1 zu 0 in die linke Ecke und verschonte so Italien vor der Verlängerung. Im Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland erzielte Grosso nach Vorarbeit von Andrea Pirlo in der 119. Spielminute das Vorentscheidende 1 zu 0. Im Finale gegen Frankreich verwandelte er im Elfmeterschießen mit einem Linksschuss in den oberen rechten Winkel den entscheidenden Elfmeter zum 6 zu 4 Finalsieg und sicherte damit Italien den vierten Weltmeistertitel. Bis ins Frühjahr 2010 zählte Grosso zum festen Stamm der italienischen Nationalmannschaft und war als Flügelspieler auf der linken Seite gesetzt. Am 18. Mai 2010 gab Nationaltrainer Markello Lippi bekannt, dass Grosso nach schwachen Leistungen in der Serie A nicht in den italienischen Kader für die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft 2010 in Südafrika berufen wird. Auch nach dem Turnier bestritt er kein weiteres Länderspiel. Nachdem Grosso bis Juni 2013 einen Trainerlehrgang besuchte, wurde er zunächst Co-Trainer der Juventus-Jugend unter Andrea Zaschetta. Seit März 2014 ist Grosso-Cheftrainer. Erfolge Im Verein italienischer Supercup-Sieger Italienischer Meister Französischer Supercup-Sieger Französischer Pokalsieger Französischer Meister 2007-08 In der Nationalmannschaft Weltmeister ого